Hallo und herzlich willkommen. Martin Dreher hier wieder mal mit einem Video aus der DFDA-Akademie, diesmal zu unserem Handlungsleitfaden für Druckabnahmen im Verpackungsdruck, gedacht für Auftraggeber und Druckereien. Wenn Sie also im weitesten Sinne in diesem Bereich beschäftigt sind, dann bitte hier einfach weiter reinschauen. Wir machen zusätzlich noch einen Kurs, der im Moment konfiguriert und bald in unserem Programm auftauchen wird. In unserem fünften und letzten Kapitel in dem Handlungsleitfaden für die Druckabnahme zwischen Auftraggeber und Druckerei kommen hier die allgemeinen Teile, also das drucktechnische Grundwissen sozusagen, das nützlich ist, um das ganze Ding dann ein bisschen besser zu verstehen, aber natürlich von vielen nicht mehr explizit gebraucht wird und deswegen habe ich es hier ans Ende gestellt und ich werde jetzt hier auch ziemlich schnell durchrennen, denn inzwischen gibt es für weite Teile davon noch was Spezialisierteres.